Halldi, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Maodaro spielt irgendwelche Flash Games Oder so in der Art Im Format, wo ich irgendwelche Flash Games spiele Oh, Maodaro, unerwartet Und wir schauen einfach mal, was es Neues hat Und zwar sehe ich hier Cat in Japan Ich mag Katzen Und ich schaue Animes Dann muss ich hier eigentlich Das Spiel spielen Dann bin ich ja mal gespannt Play Ich bin Deutsch Katze in Japan Und los geht's Ein Spiel von Bart Bonte Katze Katze in Japan Miau Sagst du auch was? Hallo? Hat mein Browser keinen Sound mehr? Doch hat er Und die Katze will Sushi Oh, ich soll 20 Sushi finden Okay, Leute, kein Problem Eine Sushi Zwei Sushis Ein Code Oh, okay Ich soll irgendwo noch ein Codeschloss finden Um Sushi zu finden Noch eine Sushi Und noch eine Was haben wir hier? Zerk Dong Warum hat das keine Musik? Warum höre ich nichts? Bin ich taub? Doch, es hat Musik Nur ich höre die nicht Leute, mein Headset war schuld Aber ihr habt es gehört So, was kann die? Die kann die Arme heben Cool Da haben wir noch eine Sushi Und? Jetzt sind wir schon durch Aber hier am Anfang Hab ich eine übersehen Noch eine Sushi So, was ist das hier? Irgendwelche Codes oder was? 3, 5, 1, 2, 4, 5 Äh, 4, 6 Und was müssen wir hier eingeben? Okay, irgendein Zahlenschloss Ach nee, jetzt sind wir hier wieder bei so einem Rätselspiel Schere Nee, Schlüssel Ah, okay Da muss ich wahrscheinlich Okay Okay Ja, jetzt kann ich ja den Fisch hier aufschließen, oder? Ich hab doch einen Schlüssel Hier, bitte einmal aufschließen Geht wohl nicht Ach, warte, da war auch noch was Hier, das können wir auch aufschließen Ja, das geht Perfekt Hallo Ich hätte gerne Sushi zu mitnehmen Hallo Hat es mir nichts gebracht? Ah, doch Oder? Ähm Warte, was muss ich hier eingeben? Ich muss hier Symbole eingeben Ah, okay Gut, das hat mir ja was gebracht Und zwar Wenn ich jetzt zurückgehe Blau Also Orange ist rund Da hab ich einen Punkt Ich denke mal, der Punkt wird sein So Dann ist blau Ist so ein Halbkreis Und Pink in die andere Richtung Zack Einmal Sushi zu mitnehmen Ein Käse Und ein Spielzeugkopf Perfekt All das, was ich brauche Oh, was ist das? Da kann ich Sachen drehen Äh, hatte ich irgendwo einen Hinweis darauf, wie ich Sachen drehen muss? Oh, 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 da kann ich einen Kopf aufsetzen Zack Perfekt Kann ich was mit den Katzen machen? Mit den süßen kleinen Katzen? Oder können die hier nur hin und hin? Oh, da war was versteckt Unter dem Kopfkissen Oh, da ist noch einer versteckt Ah, dann sollte ich auch Ein bisschen mehr darauf achten Wo die ganzen Sachen sind Oh, noch einer Oh, da ist ein Hinweis Das ist Eins muss so Oder? Ich nehme einfach mal an, dass das bedeutet Dass ein Zahnrad in die Richtung gehen soll Da brauche ich immer noch Farben Habe ich irgendwo einen Farbenhinweis bekommen? Ne, habe ich nicht Das könnte natürlich Ein Hinweis sein für die Schlösser Ne, nicht wirklich Das kommt für die in Richtung schauen Oh, da, perfekt Und dann noch ein Versteckt sich hier noch eine Sushi? Ne Ah, doch, 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 doch Dafür haben wir einen Hinweis für die Richtung Und zwar im Kleiderschrank Rechts Äh, links Rechts Links, links, rechts Rechts, links, rechts Okay Links, rechts Links, links Links, rechts Rechts Links, rechts Tatatata Okay, hat sich jetzt was geöffnet? Oder soll ich da was reinlegen? Ach, ich soll da wahrscheinlich was reinlegen Oder willst du nicht lieber Käse haben, kleine Katze? Ich habe gedacht, da unten öffnet sich jetzt was Tut es aber gar nicht Okay, ich habe Was habe ich hier noch im Inventale Zielscheibe Und Käse Aber ich glaube mal Den Käse lege ich einfach vor das Mäuselloch Zirk Und jetzt kommt eine Maus Oder muss ich hier weggehen? Ja, Maus hat es gegen Sushi getauscht Danke, Maus Gut, dann haben wir das da schon mal verwendelt Äh, verwendelt Jetzt brauchen wir die Würfel natürlich Es könnte natürlich sein Alle geraden Zahlen haben eine Farbe Und alle ungeradenen auch Welche? Ungerade, ungerade, ungerade Gerade Gerade, gerade, gerade Also werden So Und wenn das falsch ist Dann ist es so Ne, ist leider falsch War aber War ein Versuch Oh, da ist nochmal ein Hinweis Ah Dann ist der da Dahin Und dahinter Kommt dann nach unten so Und dahinter Nach rechts Zack, geöffnet Danke Und noch ein Kopf Hier, ein Kopf zum Mitnehmen Gern geschehen Oh, da Hinter, hinter der Hinter der Teekanne Auch für was brauche ich die Zielscheibe Ach, die kann ich aufhängen Ah Und jetzt Jetzt wo ich die aufgehangen habe Brauche ich jetzt noch Pfeil und Bogen Ne, ist ein Dong Jetzt brauche ich, muss nur noch einmal zugeschlagen werden Hier, Katze, mach doch was Ich habe doch dein Rätsel gelöst Ich brauche einen Dong-Schläger Wahrscheinlich geht das hier auf Wenn ich die sechs Köpfe Oder die letzten zwei Köpfe noch gefunden habe Vielleicht ist da so ein Dong-Schläger Vielleicht kann ich dann Dong Oder auch nicht Hm Vielleicht ist es auch Ne, ist ein Sextück Muss ich es in einer bestimmten Reihenfolge machen? Ich muss es in einer Reihenfolge machen Achso Eins, zwei, drei Vier, fünf, sechs Also Mitte Ich hoffe, ich habe es mir gemerkt Äh, ne Ne, ich habe es schon wieder vergessen War das richtig? Perfekt Noch ein Kopf Sehr schön Da fehlt es nur noch einer Hier, ich würde immer noch gerne Diese kleine Kassette aufmachen Der bringt mir auch nichts Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Zehn Blümchen bringen mir auch nichts Ach, der nutzt los Alle Blümchen nutzlos Verdammt nochmal Oh, hier, warte Ich kann ja noch den Dings auffüllen Oh Oh, und dann habe ich den Dongen Okay, wir hatten den da drin liegen lassen Ah, perfekt Und den kann ich jetzt bei der Katze ein Einmal reinmachen Und dafür bekomme ich Ein Rätsel Und was ist das Ziel von diesem Rätsel? Alles rot zu machen? Oder habe ich irgendwo so ein Muster? Ich habe hier oben Handtücher, die Farben haben Aber das ergibt, glaube ich, keinen Sinn Ah, aber das hier ist es wahrscheinlich Rot, Grün, Blau Und der Rest ist hellblau Warte Dann kommt hier rot hin Der Rest, ich mache erstmal alles hellblau Und dann gucke ich alle einzelnen Katzen nach So, alles hellblau Dann haben wir oben rechts Die blau und unten in der Mitte Die grüne Perfekt, zwei Sushi und einen Schlüssel Gib mir den Schlüssel Warum kriege ich den Schlüssel nicht? Was bist du für die meine Katze? Ey, ach man Ich habe immerhin zwei Sushi, es fehlen mir noch drei Oh, jetzt müsste ich irgendwie Das da oben lösen Oh, hier unten ist irgendwas Oh, noch einen Kopf Hab mir dann alle? Ja, wir haben alle Köpfe Komm schon, gib mir irgendwas Ja, ja Kann ich Ach, die müssen jetzt in Richtung schauen Ach so, okay, perfekt Ähm, ja, dann ist es Wenn ich es richtig verstanden habe So, so Und du drehst dich um Ne, und du schaust da hin Oh, Glübierne und eine Sushi Die Glübierne machen wir dann einfach mal in die Lampe rein Und da ist der Code, perfekt So, so und so Aber ist es falsch oder richtig? Ah, das da ist falsch Das ist richtig Und dafür bekommen wir irgendwas zum Durchzwicken von irgendwas Ah, okay, für den Schlüssel, perfekt Und ich würde sagen, letzte Sushi Sushi, bitte einmal aufmachen Dankeschön, bravo Ich habe es geschafft, Leute Ich bin der Sushi-Katzen-Master Oh Gott, ist nicht so viel auf einmal Du explodierst noch Okay, Leute, das war es auch schon Heute nur ein Flash-Game Ich hoffe, das ist in Ordnung Ich hoffe, es hat euch gefallen Ich habe es ein bisschen zusammengeschnitten Und bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Vielen Dank.